Arthus, voll von Trauer und Schmerz, verlor jeden Tag ein Stück seines Lichts, seiner Lebenskraft. Und je schwächer Arthus wurde, umso stärker wurde Mordred und umso mehr verfiel das Land. Bis Arthus eines Nachts einen Traum, eine Vision hatte und seine verbliebenen Ritter zusammenrief. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018